Hallo liebe Freunde der guten Unterhaltung und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Let's Trash the Hatman Shadow World, ein kleines Indie-Horror-Spiel. Ich hab das Spiel noch nie gezockt. Screen Effect brauchen wir, Stimme macht dich selber. Hohooo! Ok, 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 ok. Ok. Schlanke Recht. Eh. Oh.. Wuhuuu We... ...müßt ihnen alles nicht wissen Denk jetzt mal Ich spiele als... äh... Vater-mutter-mutter-fatter-mutter-fatter-fatter-fatter-fatter Western Union Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen... ...dass Ihre Tochter Virginia verschwunden ist. Ihre Anwesenheit hier ist nicht erforderlich... Da bereits all unsere Mitarbeiter sich auf der Suche nach ihr befinden. Sie wären nur im Weg. Liebe Grüße, Dr. Henry Hammer, Leiter der Kernklinik für psychisch Krankheit. Ja, das heißt dann wohl so viel wie meine Tochter ist psychisch krank und ich heiße Norman. Also, ja, ich bin der Norman, Herr Juhl. Mal gucken, was es hier geht. Die Frames sind recht schlecht. Mehr schlecht, mehr schlecht als recht. Hoi. Jo, die Musik ist ja ganz, äh, genehm, ne? Hm, hm, hm. Hoi. Ich mag das immer nicht so, wenn man schon weiß, dass es ein Horrorspiel ist, ne? Und dann, äh, Dann weiß man, irgendwo lauert's, aber eigentlich passiert noch gar nix. Das ist immer so angespannt. Okay. Ich würd mal sagen, Ist das wohl Virginia? Die Tür ist offen. Ich kacke mich hier gleich ein. Kann man nix machen? Das sieht aber krass nach irgendwas aus. Wo kann ich Steuerung etwas aufnehmen? Das ist mein Inventar. Ich sollte hier eigentlich irgendwas machen können. Hier ist ja auch irgend so ein Kreuz drin, ne? Hm. Boah, ist ja mir ja nicht so wohl, das Spiel hier, ey. Ich bin ein kleiner Angsthorche. Ich bin ein kleiner Angsthorche. Da passiert überhaupt nix. Stabile 15 Frames haben wir hier. Oh shit, ein Kinderzimmer. Und noch ein Kinderzimmer, in das ich nicht rein kann. Wie all die Kästen so ein bisschen offen sind. Alter. Ich hoffe mal, ich rutsche nicht aus, Alter. Es wär dann nicht so gut. Ich bin ein Kleid. Ich bin ein Kleid. Hier, das Buch kann man bestimmt. Oh shit. Alter. Oh fuck. Alter. Scheiße. Alter. Hat man hier eine Taschenlampe? 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 Nein. Hat man nicht. Äh, okay. Jetzt hab ich ne Taschenlampe. Alter, hört ihr das? Oh! Alter! Oh shit. Meine Seele wurde geraubt so schnell. Oh Gott, also. Ja, ich würd sagen, das Spiel ist nicht wirklich so gut. Ist auch nicht so mein Fall, so hoher. Aber, äh, das war jetzt echt nicht so toll, weil das Teil, das kommt da einfach und dann ist deine Seele geraubt. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Damit beenden wir hier das Let's Play auch. Ihr könnt euch das selber kaufen, wenn ihr wissen wollt, wie's weitergeht. Es war nur ein kleiner Review, damit ihr wisst, wie's läuft. Tja, neun Cent kostet sehr Spaß. Und, äh, ich weiß nicht wie viele Spielstunden das sind. Wahrscheinlich sind das zwei Minuten oder so. Oder so. Ja. 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 Dann wünsch ich euch, euch, einen schönen Nacht. Ja. 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 Ja.